Hallo mein Freund, ich würde dich jetzt gerne mitnehmen und zu Hause aufessen, aber nur wenn das okay für dich ist. Wenn nicht, dann kannst du jetzt einfach von meiner Hand herunterkullern und dich zurück zu deinen Kumpels legen. Alles klar? Ich kaufe halt nur fairbehandelte Lebensmittel. Gut, dann nehme ich dich jetzt mit.